Heinz, ich wollte mich noch mal in Erinnerung rufen. Annabelle ist jetzt weg. Wir haben noch zusammen gefrühstückt und ja, sie ist abgehauen. Ja, ich denke, das beleuft sich darauf, dass wir Kumpels sind. Wir haben heute früh miteinander geschlafen, ja. Wir waren kurz, aber schönes Strohfeuer. Und ja, alle Daten müssen wir auf uns zukommen lassen. Da habe ich jetzt auch keine Lust, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Also ich bin guter Dinger und guter Laune. Heute will ich mal einen Holztisch hier ölen. Ich will da ein bisschen was umstellen auf der Tarasse bei mir. Komm doch nachher vorbei. Du kannst die Uhr mitbringen. Können wir ein bisschen quatschen. Und ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag.